Servus, wir sind's wieder. Die Reihe von Deinem und mir geht endlich weiter. Unser heutiges Thema ist unser Bewertungstool auf unserer Homepage. Hier könnt ihr mit wenigen Klicks rausfinden, was eure Mobil grob wert ist. Natürlich ist diese Rechnung nicht wirklich genau, wie beispielsweise die Bewertungen, die unsere Makler im Haus durchführen. Soll sie auch gar nicht, aber einen groben Anhaltspunkt kann sie allemal bieten und ist völlig kostenlos, also einfach mal testen. Wie das geht? Wir zeigen es euch. Geht hierfür einfach auf unsere Homepage, klickt auf den Reiter Immobilien. Hier seht ihr rechts in der Menüzeile Immobilie bewerten und schon könnt ihr mit der Bewertung starten. Ein paar Angaben, wenige Klicks und ihr bekommt das Ergebnis natürlich direkt per E-Mail zugeschickt. Probiert es mal aus und gebt uns gern eine Rückmeldung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Thema. Bis dahin, macht's gut!